So, wir sind am Gardasee angekommen, waren auch mal kurz im Wasser. Das war eine gute Erfrischung und jetzt sind wir einigermaßen fit. Heute hat um halb vier schon der Wecker geklingelt, aber jetzt sind wir da. Und jetzt gehen wir dann mal wieder zum Auto und fahren langsam den See runter. Und jetzt gehen wir dann mal wieder zum Auto und fahren. So, nachdem sich meine Hoffnung, dass wegen Corona weniger los ist, völlig zerschlagen hat, und wir in Simeone nicht mal einen Parkplatz bekommen haben, sind wir jetzt in Pescara del Garda gelandet, haben dann Eis gegessen und sind ein bisschen rumgelaufen. War jetzt auch ganz schön. Und jetzt geht's nach Verona. Nachdem wir in Verona angekommen sind, haben wir uns jetzt noch mal kurz hinlegen müssen. Die Nacht war doch ein bisschen zu kurz. Und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen um. Die Sonne geht aber bald unter, aber es ist immer noch sehr, sehr warm. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Morgen, wir sind gestern abends noch ein bisschen durch die Straßen gelaufen, das habt ihr ja gesehen Ich habe dann am Ende nichts mehr gefilmt, weil es zu dunkel war Aber heute werden wir Verona mal komplett erkunden Also nicht komplett, aber das Wichtigste Und dann nehmen wir euch natürlich auch wieder mit Jetzt zeige ich euch noch die Aussicht von unserem Zimmer Und dann geht's los Dann geht's los Musik 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 Nachdem wir jetzt ein bisschen durch die Stadt gelaufen sind, haben wir uns jetzt hier auf den Berg verschlagen. Hier haben wir echt eine super Aussicht. Musik 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 Musik